ja servus leute heute mal wieder schweizer ware aus deutschland für ein lidl einhund bubs schweizer supervulkan f2 wie viel gramm hat er denn 250 und brutto 400 mit der plastik kappen das ist schön edel aus des einer coolen glitzer effekt schön piktum das ist doch ja was ich das zeichnen stellen wir mal rein das ist wohl eine hohe zu dem auto Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020